Gut, ich hatte ja versprochen, dass wir die ganze Sache mit der H-Methode mal für f von x ist 1 durch x anwenden. Wenn ich hier oben, wenn ihr nichts seht, aber hier irgendwie auf dem Bildschirm euch betätigt, ihr selber, dann seht ihr hier ein i oder manchmal erscheinen hier Teaser. Das heißt, da gibt es weiterführende Links. Da bleibt dieses Video hier stehen. So, wir fangen also wie üblich an mit unserer sozusagen allgemeinen Lösungsform, wie ich gerne sage, und wir setzen das xh durch h plus x an. Und xh sitzt hier und xm ist das und diese Strecke hier ist h. Also das heißt, wir nähern uns dann rückwärts hier wieder dem xm an. Das heißt, man könnte diese Strecke auch als h betrachten. Die kann beliebig groß sein. Wir machen es ja jetzt nur mit Variablen. So, und das eingesetzt statt das xh, das steht hier. Achtung, weil die ganze Funktion aber f von xh heißt, muss ich auch 1 durch diesen Ausdruck nehmen. Und f von xm ist 1 durch xm. Hier unten ersetze ich das xh durch h plus xm und hier hinten minus xm. Und das sollte man mal kurz untersuchen, ob das schon mal besser geht. Ja, geht besser. Wir können nämlich die beiden, die positive und negative xm, rausstreichen. Aber jetzt noch ein Trick. Wir streichen mal das h raus. Das geht nicht so einfach. Wir müssen das retten, indem wir das, damit wir jetzt nicht so viel mit Bruchstrichen arbeiten müssen, als h hoch minus 1 dahinter schreiben. Ist das gleiche. Ich schreibe das jetzt mal sauber ab. Ich mache mal eine kurze Pause dafür. So, jetzt habe ich das sauber abgeschrieben. Jetzt habe ich den dicken Bruchstrich weggelassen, also den langen hier. Aber die einzelnen Bruchstriche, die habe ich jetzt trotzdem hinschreiben müssen. Jetzt haben die über unterschiedliche Nenner. Wie erweitert man am besten, Achtung auf die Links, ganz einfach, am allereinfachsten. Nicht mit kleinsten gemeinsamen Vielfachen oder sonst was, sondern man nimmt praktisch über Kreuz mal die beiden Nenner. Und zwar, die Seite, die schreibe ich hier hin. Und da da eine 1 steht, kann ich ja in aller Ruhe sagen, okay, das ist h plus xm. Und, Achtung, weil ich das unten auch machen muss, denn sonst wäre es ja kein echtes Erweitern. Hier die Klammer wieder hin. Habe ich hier unten h plus xm genauso stehen. So, und hier auf dieser Seite, bis jetzt ist nichts passiert, ich habe nur erweitert. Auf dieser Seite erweitere ich mit xm. Und da ich das durch Multiplizieren mache, oben und unten, muss ich den unteren Ausdruck h plus xm in Klammern setzen. So, jetzt steht xm hier und xm hier. Gucken, wenn ich das wieder kürze, steht der Kram wieder einzeln. Und wenn ich h plus xm in Klammern setzen würde und kürzen würde, und jetzt kommt der Vorteil der Klammern, dann wäre es genauso. Was passiert jetzt? Achtung, ich kann die jetzt auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Das ist ja auch alles gut und schön. Aber jetzt muss man höllisch aufpassen, denn hier steht was. Also erstmal einen gemeinsamen Bruchstrich. Unten im Nenner steht ja h plus xm in Klammern mal xm. Hier oben steht das xm. Hier steht das Minus. Aber Achtung, das ist wie eine Stille minus 1 mal Klammer. Minus 1 mal h ist Minus h. Minus mal plus ist Minus. Und jetzt habe ich das xm hier stehen. Und jetzt kann ich in aller Ruhe sagen, okay, ist nicht schlimm. Also, Mensch, ich rede noch von der 1. In h muss es sein. Jetzt kann ich in aller Ruhe sagen, ich kann das h hoch minus 1 mal wieder runterschreiben, denn jetzt habe ich wieder diesen dicken Bruchstrich. Also schreibe ich das h hier unten hin. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Glücklicherweise, das positive und das negative xm fliegen raus und es bleibt Minus h oben stehen. Oh, ich kann beides kürzen. Und zwar durch h. Jetzt wird es ein bisschen übersichtlich, deswegen schreibe ich dieses gekürzte hier raus. Minus h durch h ist, Minus 1 und h durch h ist 1. Jetzt schreiben wir den Kram mal sauber ab. Das heißt also, ich mache hier oben weiter. H habe ich also jemes, wo h gegen 0 gehen soll, von, und was steht jetzt oben drauf auf dem Bruchstrich? Jetzt steht da ein Minus 1 und unten drunter steht h plus xm mal x0. Oh, das muss ich ausmultifizieren. Dann habe ich also h mal xm und hier unten habe ich xm mal xm. Das ist also plus xm zum Quadrat. Das ist nicht schlimm, denn jetzt kommt der eigentliche Schritt. Jetzt lasse ich das h gegen 0 gehen. Und was passiert demzufolge? Hier, dieses h geht gegen 0. Dann wird dieser Teilterm 0. Also entsteht hier nur 0. Und was bleibt übrig? Die 0, die schenke ich mir jetzt mal, die schreibe ich nicht mehr hin. Und als Ergebnis bleibt übrig minus 1 durch xm zum Quadrat. Und das ist dieser Limes. Schön. Das könnt ihr noch überprüfen. Und wenn ich 1 durch x mal ableite, dann kommt minus 1 durch x Quadrat raus. Also, wir haben richtig gerechnet. Gut, liebe Leute. Das bloß mal so. Das könnt ihr dann auch mit 1 durch x Quadrat machen oder sonst was. Die h-Methode ist viel Schreiberei, aber man kann die, naja, verrücktesten Ableitungen damit erledigen. Jetzt zum Schluss müssten noch links erscheinen, die nützlich oder wichtig sind. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt es verstanden, denn das war ja mein Ziel. Also, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.